Also ich hätte mir natürlich mehr vorgestellt, weil es war schon ein bisschen knapp und ich war ja auch mal fünf Schläge vorne und dann war es auch wieder Old Square. Aber ich freue mich trotzdem über die Silbermedaille. Ich habe es noch gar nicht realisiert. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, aber überwältigend. Natürlich schade Zweiter zu werden, aber ich habe trotzdem gut gespielt und in der letzten Runde nochmal alles gegeben. Und deswegen ist es trotzdem schön Zweiter zu werden. Ich möchte auf jeden Fall auf die Tour ganz oben. Auf jeden Fall einmal die Beste auf der Welt sein. Das ist mein Ziel. Danke. 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 Danke.